Ich kann mal wieder ein bisschen Zeit verübrigen und möchte mich jetzt weiter mit dem Schottern eigentlich beschäftigen. Ich sehe hier aber, dass ich vorher noch das Planen dafür werfen muss. Ein Test-Schalter und er fluckt noch. Für dieses Planen sollte ich jetzt schon mal träufeln. Da hätte jetzt besser nichts hinfließen sollen. Und nochmal nacharbeiten. Okay. Was ich jetzt auch noch vorab machen kann, ist ein bisschen Gebüsch aufwerfen. Diese Gruppe soll ja mit Bäumen und Gebüsch bepflanzt werden. Ich hole mal was auf dem Vorrat. Da noch einen Baum hin und der Rest voll mit Gebüsch. Schön andrücken. Schön andrücken. Das wird nicht helfen. 'm. Und dann. Okay. Der Rest wird Wiese. Jetzt könnte ich hier noch ein bisschen mit Schottervorbereitungen weitermachen. Okay. Okay. 1,2,3,4,5,5,5,5,5,5,0. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich schaue auf den Kapillareffekt und möchte diese Weiche noch mal angehen. Das ist die Weiche Nummer 2. Im Moment läuft sie noch. Okay. 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 Ja, die Weiche Nummer 2 ist mit dem Schottern jetzt schon durch. Ich gebe jetzt mal ein bisschen Vegetation hier auf eine Kale Stelle. Und das war's mit diesem Einsatz. Und das war's.